ja moine lieben ja ungewohnte perspektive neues gerät es geht heute um den ersten eindruck des dji osmo action ich glaube ich kann mir da eine meinung erlauben ich kenne ja gut den osmo pocket und der ist nun da ich habe da ein bisschen was schon vorbereitet der erste eindruck vergleiche ein bisschen zum dji osmo pocket und wir schauen uns das mal in aller ruhe an also kaffee holen sonstiges kann ein bisschen länger werden wird spannend ja moin ihr lieben herzlich willkommen ja dji osmo action brandneues gerät von dji und der ist mittlerweile bei mir der findet mich jetzt auch in 4k 30 so dass wir uns schon mal einen eindruck machen können ja viele werden sich jetzt fragen du hattest doch den osmo pocket warum denn jetzt in osmo action ja vielleicht ein bisschen auszuholen also den osmo pocket habe ich jetzt ja schon sehr häufig eingesetzt den seht ihr bei diversen foto box ich verlinke auch noch mal auf so das erste video von dem ich denke dann kann man das zukünftig mal ein bisschen vergleichen es gab halt so zwei drei punkte die mich ja gestört haben also der gimbal ist fantastisch und das ist natürlich auch in der geschichte da muss sich der osmo action jetzt erstmal bewähren das schauen wir uns auch an aber es ist schon filigranes gerät und ich glaube für bestimmte einsatzzwecke absolut super was mir aufgefallen ist ist allein die möglichkeit das irgendwo zu arretieren ich habe dann das funk modul dazu gekauft jetzt ist übrigens auch wieder der osmo action mit der dji memo mit der app verbunden die verbindung hier geht jetzt deutlich schneller das ist wirklich nur die app öffnen klick verbinden und das bild ist da also schneller als beim osmo pocket meiner meinung nach darüber hinaus was ja immer so ein bisschen filigran es gibt da zwar auch zubehör was die halterungen angeht und 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 aber das hat mir alles nicht so richtig gefallen und dadurch dass das gerät ja schmal und hoch ist das irgendwo abzustellen vielleicht auch bei wind bisschen gefährlich glaube ich und der gimbal ist sicherlich da auch anfällig für beschädigungen zweite punkt ist sind die filter hatte da ja auch dieses fribel filter pack die magnetisch vorne gehalten werden die natürlich immens klein sind und wenn man irgendwo habe ich festgestellt draußen ist und das mal wechseln will wo man muss die halt wirklich so fassen war das immer eine formelei und letztendlich hat man voll auf die linse gepackt und ja sehr formelig hier sieht das mit den filtern jetzt ein bisschen anders aus das gucken wir uns aber im detail an dann natürlich ein punkt dass ich mir überlegt habe gut vielleicht gibt es ja situation du bist draußen unterwegs und es bricht die hölle los regen sturm wind keine ahnung und da ist der osmo action jetzt halt natürlich komplett abgeschottet gegen wasser ich glaube er ist auch elf meter wasserdicht also ein gerät was man bei wind und wetter dabei haben kann ja von daher war für mich dann so die überlegung und entscheidung ich probiere den osmo action mal aus das habe ich jetzt getan ein paar tage und ich würde sagen wir gehen mal so die einzelnen punkte durch zu allererstes klar was ihr nicht seht ist ein unboxing also was ist hier in der kleinen schachtel und so weiter wir gehen auch jetzt nicht die kompletten menüs durch weil da gibt es andere spezialisten die das deutlich besser können ich habe mir das ding geschnappt ich war froh dass die dji memo app von der bedienung und von den einstellungen alles genau gleich ist es gibt dieses die sinne light profil was jetzt auch an ist super easy super intuitiv vorteil hier ist dass man sich so custom modes machen kann habe ich auch 4k und aus 1080p mit 60 dass man da halt schnell zugreifen kann das so ein seitlicher knopf aber da bitte ich euch einfach guckt euch die fachvideos an ihr kennt mich ja wir machen das mehr praxisbezogen ja ein bisschen zubehör habe ich dazu gekauft und kommen wir mal zu den filtern ich habe mir dieses fribel vor daypack dazu bestellt und verarbeitungstechnisch ganz wunderbar also und das merkt man halt auch wenn man die in der hand hat das ist alles massiv die werden drauf geschraubt und fertig ist und geht schnell zu wechseln ähnlich wie beim objektiv bei einer kamera das ist besser als diese kleinen vierzeligen magneten meiner meinung nach und ich sitze jetzt hier in der breitesten sonne und hier ist jetzt ein ende 16 drauf und mein handy also histogramm was ich anzeigen lassen kann sieht alles fein aus also ein ende 16 ist jetzt hier drauf und das geht wunderbar also von daher diese filter sind super wo ihr aufpassen müsst wenn ihr die ja ich sag mal die standard verschraubung öffnen soll die ist so fest ich habe da wirklich schon gedacht da stimmt was nicht da habe ich bei youtube geguckt und die probleme hatte jeder beim osmo action da habe ich dann gummihandschuhe drum gelegt und wirklich eine rohrzange genommen und dann macht es einmal knuck und man kann es locker abschrauben wieder gut festziehen und dann geht das auch mit den filter wechseln das kostet ein bisschen überwindung aber anders kriegt man vorne die linse nicht ab also einmal vorsichtig gummihandschuhe drum legen rohrzange und dann mal das ist dann auch kein akt aber mit den händen keine chance gehabt ja dann natürlich das thema halterung und da habe ich von smart tree praktisch unten so ein adapter dazu das war ein paar euro der ist aus alu also auch gut massiv gearbeitet er kommt alles mit was man braucht und somit kann man den super ich habe den ja auf dem kleinen pixie stativ steht es jetzt zum beispiel kann man drauf schrauben und ja was für mich halt wichtig war für unterwegs sein ist halt ich hatte noch dieser acker suisse bodenplatten und da gibt es ja auch die kleinen müssen wir suchen und die darunter verschraubt geht somit auf jedes meiner drei rollei stative und das war eigentlich die idee zu sagen pixie stativ oder aber halt auf das rollei stativ wenn man um springt und fotos macht kann ich das irgendwo positionieren durch den winkel kann man super einfangen wo man sich halt befindet das nächste was dazu gekommen ist dachte ich es ganz witzig habe das jetzt ja mit dem osmo pocket schon einige male gemacht ich verlinke auch immer mal wieder hier oben paar videos vom osmo pocket dass ich im auto das teil so ein bisschen in der hand hatte und da habe ich mir so ein saugknopf bestellt fürs auto plastik aber hält bombenfest muss ich sagen und da geht die kamera dann kopfüber die gopro helden werden das wissen wird kopfüber eingespannt richtet man halt aus die kamera kennt das sofort und dreht einmal das bild also überhaupt kein thema und so kann man mal ein bisschen wenn man zum beispiel durch bildet mir jetzt mal eigentlich war wieder in den harz und zeigt mal ein bisschen wo ich darum gründe kann ich das wunderbar halt dort einspannen und ein bisschen auto action einfangen oder an der see oben oder sowas und da kommt natürlich die sprachsteuerung zum einsatz die hervorragend funktioniert also über sprachbefehl im auto das ding zu starten und zu stoppen ist super und ich kann auch ja das display drehen weil sie besitzt ja dieses front display wo man endlich mal auch was erkennen kann das hintere display sowieso sehr schön groß und da reichen dann sprachbefehl und mit start und stopp oder halt das display zu drehen das funktioniert super also da muss schon sagen echt klasse können wir uns ja mal angucken hier start record stop record bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 das ist halt hier nicht der fall und man kann trotzdem zeigen wo ist man da und wie sieht das hinter einem aus das gefällt mir sehr gut ich laufe jetzt hier bewusst noch ein bisschen umher damit ihr so ein bisschen sehen könnt wie reagiert er auf licht und schatten und was macht der stabi wo sind die grenzen so jetzt gehe ich schon mal deutlich schneller also wie sagt man so schön schnellen schrittes und wie gesagt ich bemühe mich nicht sonderlich ruhig zu halten ich laufe jetzt schneller und noch mal schneller schwenke und wir haben auch hier wieder unterschiedliches licht also hell dunkel schatten so dass man drehe jetzt noch mal ich denke mal ganz guten eindruck kriegt wenn man den mit sich herum trägt dass das front display ist wirklich klasse so dass man hier wirklich sehr sehr gut sehen kann wie das ganze funktioniert jetzt volle möhre sonne von hinten okay wie gesagt n d8 filter drauf kommen wir gleich wieder ein bisschen schattige bereiche dabei immer mal ja also die verzögerung hält sich auch in grenzen es ist ja durch den bild stabilisator sonne das sieht man auf dem display wenn ich jetzt drehe also eine leichte wobei es geht also so eine ganz leichte verzögerung aber es soll ja darum gehen einfach zu zeigen wo man ist und selber mal ein bisschen denke mal wenn dj sich mal durchringt vielleicht dann doch mal einen externen adapter rauszubringen um ein lavelier mikro zum beispiel drauf zu setzen wäre das natürlich ein feiner zug aber ja ansonsten glaube ich dass das sehr sehr gut funktioniert und es macht spaß also dieses display vorne ist halt super ihr seht also auch sonne da ganz gut drehe mich noch mal ich glaube dass so als ersten eindruck wenn man ihn mit sich rumträgt soll ja praxis sein ok da habt ihr jetzt mal einen kleinen eindruck bekommen also das gerät gefällt mir sehr sehr gut man hat halt nicht so die angst da jetzt so was fitzeliges in der hand zu haben der gimbal ist sicherlich besser vom osmo pocket das display ist schon fitzelig klein das ist hier natürlich schon klasse es ist auch egal bei knallender sonne erkennt man was da drauf die bedienung ist sehr intuitiv und die bildqualität macht ist finde ich identisch also vielleicht sogar noch ein bisschen besser weil wir leben sie hier größer ist ich bin da jetzt noch nicht mit in die badewanne gesprungen und im hagel gestanden mal gucken das kommt bestimmt also ich sag mal in den nächsten wochen werdet ihr jetzt ja immer mehr bilder foto box sehen wo ich ihn einsetzen werde die tonqualität bin ich selber mal gespannt ist jetzt kein externes mikro das ist jetzt alles der osmo action was ihr hört wie gesagt auf dem pixi stativ mit dem ende 16 filter und das ganze über die dji memo map und histogramm sieht gut aus ton ausschlag sieht gut aus bisschen nach bearbeitet und ja ich würde sagen wir gucken mal und ich nehme ihn jetzt halt immer mit das heißt ihr nehmt mich auch am besten immer mit wenn er bock habt nehmt den kanal und dann machen wir mal ein paar filmchen und fotografieren und objektiv gibt es ja auch noch meine meinung da bin ich noch ein bisschen zwiegespalten ich hoffe aber die tage dass ich die möglichkeit habe noch mehr fotos zu machen und dann entscheiden wir das mal gemeinsam ob es was taugt oder nicht ansonsten ja vielen vielen dank ich hoffe so der allererste eindruck von dem gerät hat euch gefallen nichts negatives toll verarbeitet das zubehör macht sicherlich sinn muss aber jeder selber entscheiden und wie gesagt mehr in den nächsten wochen wenn er bock habt nehmt den kanal mit würde ich mich sehr freuen danke für die vielen kommentare und die aufmerksamkeit und ich halte es mal wie immer wünsche euch was schönes werdet und bleibt gesund und wir sehen uns ihr lieben macht's gut tschüss jetzt sag页t ein schуб herbst hat herbst